Damit kann ich im Moment noch nicht so viel anfangen mit dem Zeug. Deswegen erstmal dahin. So, die werden wir jetzt erstmal verkokeln hier. Das will ich nämlich wissen. Zip! 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 Ob wir da irgendwas rauskriegen. So, pass auf. Das will ich erstmal wissen. Dann will ich wissen... Wie wird das bisschen Gold hier? Das Kupfer. Blei. Zinn. Silber. Das werden wir jetzt auch erstmal alles verheizen. Erstmal hier den ganzen Kleideradatsch da rein. Das kommt ebenfalls da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und hier raus machen wir jetzt erstmal nochmal schnell ein paar Öfen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Schmeißen wir hier noch was hin. Wupp! Schmeißen wir hier noch was hin. Und hier schmeißen wir auch noch was hin. Habe ich noch irgendwas zu verbrennen? Wahrscheinlich schon. Hier haben wir noch Erze. Erze. Komm, dann machen wir mal ein bisschen Glas draus. Ansonsten habe ich hier aber nichts mehr. Ein bisschen Silber noch. Dann hört es auch auf. Hm. Ach, der macht Nuggets. Ah, ja. Ich brauche Kohle. Diese Tür. Ähm. Hier habe ich doch auch noch. Bing, 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 bing. 30, 31, 32. Dann geht das mal da hin. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das hier macht Nuggets. 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 Okay. Dann können wir hier mal was reinschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind aber nur 7. Ja, stimmt, aber einer ist schon am Brennen. So, du bist auch schon fertig. Das ist gut. Dann kann das Kupfererz da rein. Komm, das schmeißen wir jetzt auch hier dazu. Ab dafür. So, du machst Nuggets. Und wenn ich diese Nuggets auseinanderpflücke und die hier hinhänge, wenn ich die hier hinstelle, dann ist das doch so, dass da aus den Nuggets Barren rauskommen. Siehst du? Okay. Ja gut, damit kann man arbeiten, wenn man erstmal nichts hat. Dann ist das vielleicht gar nicht so scheiße. Und es gibt ein paar Popel, das ist okay. Komm. Stell dich einfach mal kurz hin und schmeißt die einfach da ineinander. Das sieht dann quasi so aus. Wupp. Ziehen. Und schon hast du ein paar Barren mehr. Komm. Draufgeschießen, Hormut. 9, 18, 27. Das reicht noch nicht. Ne, das reicht noch nicht. Siehst du? Können wir hier nicht irgendwie nochmal so ein bisschen, dass man da mal was sieht. So. Dann schmeiße ich den raus. Kohle gegen Kohle? Was passiert denn, wenn man Kohle gegen Kohle macht? Hier ist was leer. Pass mal auf, das will ich wissen. Was passiert, wenn Kohle gegen Kohle gebrannt wird? Was kommt da raus? Ah, Teeröl. Alles klar. Railcraft. Gut. Hatte ich doch, glaube ich, auch im Rucksack, ne? Teeröl? Teeröl? Ne. Hatte ich das hier in dieser Gerümpelkiste? Ja, hatte ich in der Gerümpelkiste. Alles klar. Herz, Herz, Herz. Wir lassen das mal bei mir. Ähm. Zack. So. Ich brauche auf jeden Fall eine Möglichkeit hier noch den Spaß auszuräumen. Also. Baumaterial. Baumaterial ist hier Dolomit, schwarzer Granit, Tees. Kapoktof weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendein veganen Gedöns, weil vegan Option sagt es mir schon. So. Die Saphire sind Project Red und damit ein Erz. Das hier ist die Rühne. Das hier, das hier, das hier und das hier gehört da oben erstmal hin. Das Boot schmeiße ich jetzt erstmal weg, weil ganz ehrlich, das baue ich mir jedes Mal neu. ist ja nicht so, als würde es an Holz mangeln in dieser Welt. So. Das futterbare Material, das bleibt erst einmal, aber das lasse ich mal da stehen. Das lasse ich mal da stehen. Saatgut ist hier. Baumaterial ist hier. So, was habe ich denn noch von Gebimsel? Gebimsel halten wir Saatgut ist hier. Bohnen. Den Spaß hier. Den Spaß. Das da. Das kann da hin. Das kann da hin. Das ist Baumaterial. Wupp. Wupp. Das kann erst mal da rein. Das nehmen wir da dazu. Das ist irgendein Baumzeug. Einen Mob Drop haben wir noch nicht, aber ganz ehrlich, mit einem Schwarzpulver mache ich mir da jetzt auch noch nicht nackig für. Das ist einfach noch nicht ausreichend. So. Die Größe. Fupp. Und Fupp. Und Fupp. Okay. Das sieht doch schon mal ein bisschen nach was aus. Aus dem Fupp machen wir gleich erst mal direkt drei Knochenmehl, weil wir es brauchen und weil wir es können. So. Zwei Spitzhacken aus Diamant. In jedem Fall. Warum? Weil wir sie hinterher weil wir sie entchanten. Definitiv. Das werden wir tun. Sowas von. Mindestens eine davon werden wir entchanten. So. Säbel habe ich nur genug hier. Das reicht erst mal. zack. So. So. Verballert doch nicht so viele Diamanten, Mensch. Bist du bescheuert? Natürlich bin ich bescheuert. Sehe ich aus, als wäre ich normal. So. Das nehmen wir schon mal raus. Das nehmen wir raus. Das sieht doch schon gut aus. Ist ja jetzt nicht so scheiße, ne? Habe ich das jetzt weggenommen? Ich depp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine muss da hin. So, die ist leer. So, die ist leer. Da kommt ja Besuch hoch. Juhu. Warte, du Würstchen. Ich zerschnippel dich. Manchmal habe ich Angst vor mir selber. Weißt du das? Mobdrops haben wir noch nicht. Lass ich noch weg. So, jetzt machen wir aus diesem komischen Pudding hier machen wir erstmal ein paar Muskeln und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Kommt. So. Äh. Ähhhhhhhhhhh Zack! Wupp! Und zack! 63 Eisenbarren! Ja, damit können wir arbeiten Das heißt, hier haben wir schon mal 64 und 11 Das sind schon mal nach Adam Riese 75 Das ist doch schon hier, ne? Ist das doch! Prima! Ui so, wir werden jetzt erst einmal unsere Erze hier weiter drin lassen und hier die Nuggets auch zurück und bla 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 Zerpflücken wir erstmal hier unseren ganzen Kram Machen das erstmal weitestgehend kaputt, dass wir erstmal ein bisschen komprimieren, was die Werkzeuge betrifft Was wir aber noch machen können, wenn wir eben schnell noch ein paar Fackeln basteln Wupp! Wupp! So! Dann schmeißen wir den Spaß da rein, den Spaß da rein und dann haben wir es doch schon wieder fürs Erste Bahamas doch! Vielleicht sollten wir doch nochmal schlafen gehen Vielleicht sollten wir doch nochmal schlafen gehen Vielleicht sollten wir doch nochmal schlafen gehen Damit wir nicht ins Gewitter kommen Gewitter! Ja, Gewitter! In Neues! Saarbrücken! Saarbrücken! Ach ja Legendär! Gucke mal! Hahahaha! Mahahaha! Was? Einfach nur Eisenlöse! Ich hab mich halt gefreut! Entschuldigung! Passiert halt! Abwärts! 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 Da geht es hinunter Das macht mich munter Warum hab ich das Glas dabei Warum hab ich das Glas dabei? Man fragt es sich doch Es ist einerlei Oh Gott! Ich sollte damit aufhören Es hat schon Fälle gegeben Da sind Menschen einfach kaputt gemacht worden dadurch Es gibt Menschen die wegen dieser Krankheit gestorben sind Verstehen sie was ich meine? Wie komm ich denn hier am besten runter? Ohne dass ich mir die Gräten breche Kann ich hier irgendwie mal Wo kann man denn das mal hier mal was sieht? Genau! Pass auf! Gräten gebrochen! Ich bastel mir mal ein Treppchen So! Hier kann ich doch mal Kammer doch! Kammer! Doch! Ähm! So! 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 Jetzt laufen wir hier mal ein bisschen durch die Ecken und gucken mal ob wir hier was finden Marmor! Rohermarmor! Mhm! Die 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 Okay so weit ist hier gar nichts zu finden Hab ich gerade gesehen Das war also unnötig und Perlen vor die Säule geworfen Könnt ich mal hier Äh! Genau! Können wir hier noch irgendwas rausholen? Oder ist hier auch nur dieses mindere Erz? Ich muss hier schon mal gewesen sein glaube ich Zumindest so ein Stück weit Zum Ausleuchten Aber hier nicht Ist das normales Eisenerz? Nö! Jee!